Willkommen auf dem Kanal die richtige Wahl. In diesem Video werde ich bei das Boman KG 7331 Kühlschrank sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Innovative Technik bei geringem Energieverbrauch. Boman Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuster Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Die Kühlgefrierkombination KG 7331 von Boman im modernen Design wird Sie mit Effizienz, Stauraum und diversen Funktionen überzeugen. Dank des stufenlos regulierbarem Thermostat können Sie die Temperatur individuell nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Mit dem wechselbaren Türanschlag verfügen Sie über zusätzliche Flexibilität beim Einsatz Ihres Boman Kühlgeräts. Justierbare Füße bieten einen sicheren Stand. Kühlraum. Die KG 7331 von Boman hat einen Gesamtnutzinhalt von 173 Litern. Davon sind 121 Liter Kühlraum. Die Kühlgefrierkombination verfügt über ein teilautomatisches Abtausystem und verhindert somit Vereisungen. Mit den drei Glasablagen, den zwei Türablagen, der transparenten Gemüseschale und der Eiablage verfügen Sie über vielfältige Variationsmöglichkeiten Ihrer Lebensmittel zu lagern. Zwei höhenverstellbare Glasablagen ermöglichen Ihnen eine individuelle Positionierung. Zusätzlich ist das Gerät mit einer energieeffizienten LED-Innenraumbeleuchtung und einem visuellen Türalarm. Innenbeleuchtung blinkt bei offenstehender Kühlraumtür ausgestattet. Effizienz. Die Kühlgefrierkombination von Boman schont Ihre Haushaltskasse und Umwelt durch einen geringen Stromverbrauch. Gefrierraum. Der Gefrierraum der Kühlgefrierkombination umfasst 52 Liter. Die KG 7331 verfügt über ein 4-Sterne-Gefrierfach. Maximale Flexibilität erhalten Sie mit zwei unterschiedlich großen Gefrierschubladen und einem offenen Schubfach. Im Fall eines Stromausfalls bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 7 Stunden tiefgekühlt, dank der effizienten Isolierung des Boman-Doppeltürkühlschranks. Im Lieferumfang ist eine Eiswürfelschale enthalten. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Das Drehrad für die Regulierung der Temperatur ist locker. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Preisleistung ist wirklich top. Schick anzusehen ist er. Der Stauraum ist wirklich sehr viel. Der Geräuschpegel ist sehr leise. Das Umbauen der Tür von rechts nach links ist einfach. Im Innenraum sehr gut ausgeleuchtet. Das war es mit unserem Testbericht zum Boman KG 7331 Kühlschrank. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie auch auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald.